Es fing alles mit dieser Frau an. Frank! Kommen Sie mit! Das ist wirklich ein sehr schönes Hotel. Machen Sie es sich bequem. Okay, Zugriff. Jemand versucht, meine Tür aufzubrechen. Warum will man mich umbringen? Alexander Pierce. Er wird in 14 Ländern gesucht. Und Sie denken Sie bei den Ehrern. Sie sind Teil eines Plans. Genau deswegen hat sie ihn ausgesucht. Um uns zu verwirren. Es tut mir leid, dass ich Sie damit reingezogen habe. Warum stecken Sie mit drin? Sie erstatten Anzeige wegen Mordes. Versuchten Mordes. Das ist ja nicht so schlimm. Nicht, wenn Sie einen Mord erwarten. Aber wenn Sie auf den Room Service warten, ist das schon schlimm. Dennis!